Hi, ich bin Timo und in diesem Video zeige ich dir ein Workout mit der Gewichtsweste Premium von Sportime. Ich stelle dir acht Übungen vor in der Tabata Methode. Das bedeutet 20 Sekunden Belastung, zehn Sekunden kurze Pause und dann gibt es schon die neue Übung. Acht verschiedene Übungen mit dem eigenen Körpergewicht, die sich wunderbar mit der Gewichtsweste ergänzen muss. Die erste Übung sind die Kniebeugen, nur mit der Gewichtsweste an, auf Tempo. Und go! Als nächstes kommen die Klimmzüge mit der Gewichtsweste. Gucken, ob ich da 20 Sekunden durchhalte. Ah ja, ein bisschen geschummelt, aber ging nicht anders. Jetzt kommen die Auswahlschritte. Rückwärts, aufrechter Oberkörper, Tempo. Nach einer Beinübung wieder eine Armübung. Liegestütze mit den 10 Kilo. Zusatzgewicht. Okay, jetzt kommen die Adlersprünge. Ein Bein nicht ab. Absinken, seitwärts zur Seite raus und in die Höhe springen. Definitiv eine Übung für Fortgeschrittene. Und Darmstütz in die Push-Up-Position möglichst ohne viel rumeiern. Stabiler Oberkörper. Wechsel ruhig ab, über den linken Arm und über den rechten Arm auf und ab zu gehen. Vorletzte Übung sind die Rückenaufrichter mit gestreckten Beinen oder auch der Deadlift gestreckt. Durch die Gewichtsweste und die 10 Kilo Zusatzgewicht am Oberkörper ist das hier eine sehr intensive Übung. Stabile Wirbelsäule ganz entscheidend. Darauf ist zu achten. So, und das Beste zum Schluss. Derpeys, 20 Sekunden. Gucken, ob das klappt. Ich gebe mein Bestes. Ich hoffe, ich konnte ein paar gute Übungen zeigen. Die auch dich ins Schwitzen bringen. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Bei den Links gibt es mehr Informationen zur Weste. Und dann viel Spaß im Workout.